Hallo zusammen, ich bin der Alba, ich arbeite im Jumbo Dietliker und bin im zweiten Lehrjahr als Detailhandelsfachmann in der Branche Do It Yourself. Hallo zusammen, mein Name ist Doris und ich arbeite im Jumbo Haag und auch in der Branche Do It Yourself und ich mache jetzt zwei Jahre Assistentenlehre. Kommt noch mit und wir zeigen euch unseren Kursalltag. Bei uns können Kunden ihres Holzes beliebig zugeschnitten haben und das in wenigen Minuten. Auch ich als Lernleit darf Kunden kompetent bedienen. Ich schaue, dass die Ware bestellt wird und im richtigen Regal landet. Während meiner Ausbildung darf ich auch an der Kasse aushelfen. Haben wir dich neugierig gemacht für eine Ausbildung im Detailhandel im Jumbo? Dann bewirb dich jetzt auf www.jumbo-lernweb.ch